Ich laufe gerade zum Auto hoch. Ich laufe ein Stück ins Dorf rein und schieße dann von der anderen Seite aufs Auto. Der ist auf der anderen Seite. Ich habe eine Granate. Ich werfe Granate. Okay. Er läuft zum Auto. Er fährt weg. Er fährt weg. Scheiße. Ich habe noch nie gesehen, wie das Auto wegfährt. Guck, da fährt es. Das fährt tatsächlich. Das fährt nicht, Alter. Ja, krass. Ich glaube, das ist ein Skeff, aber nicht so. Oh, ja. Oh, 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 oh. Wer schießt denn auf mich? Ja, das ist ein Skeff. Gut. Gut. So. So. Nein. Da sind zwei. Die stehen dort rum. Wieso fällt da nicht um, Alter? Das sind die Kultisten. Ja, stimmt. Du hast recht. Ich bin tot, Alter. Die Schweine. Scheiße. Ich brauche eine Granate hoch. Okay. Oh, die ging völlig daneben. Scheiße. Ich habe mich selbst mit der Granate gesprengt. Was sagst du? Du hast dich selbst gesprengt? Der ist genau vor mir. Ich habe mich selbst gesprengt. Nein. Der ist genau vor mir. Der kommt jetzt zu mir. Ich sehe ihn. Der müsste genau vor mir stehen. Der läuft sich kaputt. Ich habe ihn. Super. Da spreng ich mich selbst in die Luft. Alter, was tust du? Warte. Huch. Okay. Ich habe es alle zwei. Es waren zwei. Natürlich kenne ich Wiener. Oh ja, wir direkt zum Safehand. Der Schlawiner. Benji, der Schlawiner. Na gut, aber. Da ist meist nichts drin. Da ist meist nichts drin. Hat der Matze auch Lockdown? Ich bin eh Homeoffice. Wir haben... Ne, der andere Matze. Achso, der andere Matze. Na klar, Wiener Wurst kennt jeder. Das wäre ja fast einfach brechen. Das hat so manch einer in der Hose. Beutel. Fällt mir da spontan ein. Wie nervös drin. Es ward uns auch präsentiert worden. Hm, nervhaft. Da läuft er da hinten, Alter. Wie schnell, Alter. Wie ist das denn? So schnell. Klaus, lebst du noch? Ja, ja. Ich fick mich gerade zusammen. Ich hörs. Ich bin links von dir. Ja, ich hörs. Wo waren die denn? Ich habe die gar nicht gesehen. Die waren drüben da in dem Sniperhügel. Wo der andere Skeffhorn war. Wollen wir so halb rechts die umlaufen? Warte, ich muss erstmal meinen 60er wieder voll machen. Ich möchte sie ja looten. Klaus, die machen wir kalt, oder? Ja, sicher. Du rennst? Ne. Irgendwas ist auf Metall gelaufen. Ja, garant. Ja. War das oben am Container? Denk ich ja. Denk ich. Werf doch mal eine Granate rein. Ja. Ach, ein Skeff. Das ist ein Skeff. Das ist ein Skeff. Das ist fällig daneben. Großer. Aber pass auf, da hat ja schließlich einer auf die Skeffs geschossen. Mhm, eben. Der hustet aber rum. Hast du denn erwischt? Oh, hier kommt was angelaufen. Ja, warte. Du das? Ne, ne, schieß. Oh. Tot, bin tot. Der war unter der Brücke. Ja, ich hab ihn gesehen. Hm? Ich hab ihn. Ich hab dich gerecht, Benji. Super. Ja, da jetzt. Ich hatte kurz Angst, dass du's brauchst. Nee. Weil der hat keinen Helm erfordert. Nee. Ich gehe Richtung Big Red. Ja. Entschuldige dich. Ich hab aber keinen Schlüssel, ne? Nee, ich bin euch auch nicht. Aber unten kann man ja mal ein bisschen. Mhm. Nein. Ausgerechnet. Keine Ausdauerung. Ja. Idiot. Lass mich doch in Ruhe, Junge. Mist. Jetzt wissen die natürlich, dass ich hier hinten bin. Oh. Alter. Das dumme Schwein. So. Okay. Ich schlucke Ibus. Was ist das? Der kann losgehen. Oh. Jetzt wird mein Nachtsicht noch gristlicher. Oh. Meins auch. Scheiße. Das hab ich nicht gemacht, ey. Mist. Da läuft einer. Da läuft einer. Ja. Boah. Ist der schnell. Minus, ja? Oder hat er sich bloß hingelegt? Er hat sich nur hingelegt. Links läuft auch noch einer. Bin tot. Hallo, ich auch. Leck mich am Arsch. Nice. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Ey, die sind echt harte Hunde. Er läuft nach rechts, ja? Ja. Er ist auf Metall. Oh, hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Habe ich? Minus? Ja. Er ist bei meiner Höhe ungefähr. Ich bin vorne schon am Durms. Und wie ich mich heute kenne, werde ich gleich wieder im Dreck liegen. Wir können gleich ohne mich weiterspielen. Er erholt sich aber auch nicht. Ich kann doch nicht verlastet sein. Ich habe schon wieder die falsche Munition eingepackt. Wir können eigentlich gleich direkt raus. Ich kann nicht mal schießen, Alter. Ich voll Idiot. Ach, ich hasse diese Magazine. Beschwert euch bei Twitch. Ich habe eingestellt eine Werbung pro Stunde. Weniger. Weniger kann ich nicht. Und dann habe ich auch bloß nur 30 Sekunden Werbung. Aber ich habe schon festgestellt, dass Twitch dann von sich aus das mit einer zweiten Werbung auf eine Minute dennoch verlängert. Ich kann es nicht ändern, Leute. Ich habe also nicht Wutz. Okay. Ich habe mich verklickt, Leute. Ich habe... Hä? Hä? Ich habe wahrscheinlich einfach nur startgeklickt. Auch nicht übel. Und den Sporn kannte ich noch gar nicht. Das war natürlich nicht geplant auf Customs. So, jetzt. Ach komm, Alter. Leck mich! Leck mich doch am Arsch, du Idiot! Drecksgefgesochse. Jetzt gehe ich eine rauchen hier. Mir reicht es mit diesen Idioten. Andauernd gehe ich hier drauf wegen diesen Scheiß-Gefs, Alter. Ich habe die Schnauze voll. Leck mich doch. Null XP, Alter. Ich bin über die scheiß halbe Map gerannt. Bei mir ist auch schwarzer Bildschirm, Klaus. Was richtig Kotze ist, weil du kriegst dein Zeug von unserer Versicherung wieder. Ich weiß nicht, was jetzt bei mir ist. Ich bin mit dem Auto rausgefahren und jetzt ist Schicht im Schach. Ja, ich hatte ja auch kein Endbildschirm, weißt du? Naja, aber ich habe dein Zeug weggeschmissen. Du bist tot, dein Zeug ist weg. Ja, ob ich tot war, glaube ich nun gar nicht mal. Du hast dich nicht mehr bewegt. Ey, ich höre drinnen noch die Schüsse, Alter. Ja. Ja, ich bin aber nicht besinnungslos im Auto weggefahren. Das kann ich, glaube ich nicht. Es wird mir fröhlich geschossen, Leute. Ich bin, ich tue nur so, als wäre ich raus. Ich möchte euch in Wirklichkeit hinters Licht führen. Schmeiß, du Idiot! Leck mich doch am Arsch, Alter! Diese scheiß Granaten! Ich wollte eigentlich noch so was machen, dass hier Schneeflocken über den Monitor fliegen im Stream, aber... Da habe ich... Ich bin so geschwächt, weil ich gestern geboostert wurde. Ach so. Zum Sonntag? Ja, am Sonntag. Ja, warum nicht? Ach so, zum Booster-Sonntag sozusagen. Zum Booster-Sonntag, genau. Das ist aber nicht schlecht. Der Booster-Sonntag. Ich sch訂閱 mir so,al ich kann. you gut. Der Booster-Hecht hat ganz gut gemacht. Genau, ich bin so. Ich weiß nicht, dass ich gleich habe. Ich versuche mal rein. Ich versuche mich nicht. Ich versuche mich nicht. Ich versuche mich nicht. Ich versuche mich nicht zu, als wäre ich. Ich versuche mich zu. Ich versuche mich nicht zu, weil ich mich nicht zu. Ich versuche mich nicht zu, wie ich es nie sehr gut생'll. Ich versuche mich nicht zu. Ich versuche mich zu werden. was schießt denn hier auf uns alter ich glaube der sniper scab oben deswegen gar nicht oben auf dem ach so warte den muss ich runterschießen ist er weg jetzt ist er weg alter dass du dich von da oben sieben bis hier rüber aber das habe ich noch nie erlebt aber wie viele meter man das jetzt das flasche das sind spiegel und schon sagte zusammen wie ein massersack ich dachte sein kumpel da hat da hat der pankeler auch nicht geholfen muss man mal leider gottes so sagen so Bis zum nächsten Mal.